Guten Morgen, heute ist der letzte Tag in Port Roche, zum Thema Schluck und Glanzmier. 40 und 50 Kilometer heute werden. Das ist ein schönes Ritual, wieder ein kleines Ritual. Und jetzt geht es um die Hände, um die Rang, um die Kur. Jo, das Wetter, es wird ja auch immer schön sein. Jetzt ist es auch ein bisschen verrückt, aber das verzichten Sie sicherlich. Gestern hat es, glaube ich, bis zu 32 Grad am Nachmittag. Also sehr warm, sehr schön. So, es ist ein kaltes Paket. Obwohl ich gehört habe, dass das Wetter alles andere mit dem Pausch entfernt. Jo, schauen wir mal, was der Tag bringt. Ich bin schon gespannt. Ich bin schon gespannt. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.